Ja, da guckst du. Also, Karin, würdest du mich zu deinem Mann nehmen und würdest du mich heiraten? Eigentlich hätten wir jetzt die Klebputze ein Lied spielen sollen, was mit einer Jugendliebe zu tun hat, das stimmt zwar sogar nicht. Wir kennen uns noch nicht so, was heißt so lange, wir kennen uns schon sehr lange, aber wir kennen uns nicht aus dem Sandkasten. Aber ich freue mich, dass meine, dann die nächst zukünftige Frau Ja gesagt hat. Und deshalb ein dreifaches Stommeln. Möloch! Stommlerpure! Möloch! Stommlerpure! Möloch! Karin! Möloch! Herr Bürgermeister, sind Sie doch irgendwo anwesend? Herr Bürgermeister, nein? Doch, da hinten. Herr Bürgermeister, was haben Sie? Am 07.07.2007 haben Sie für den Dreistirmsprinzen dann noch einen Termin frei. Ich dachte, Sie als Bürgermeister dürften auch trauen. Ich komme darauf zurück. Ja, unser Prinz. Die Allemalrat der Wälfte, Wälfte.